Ach je, die ist abgeschlossen. Was sollen wir jetzt nur tun, Freunde? Hier im RPG müssen wir wo einen Schlüssel finden, die es scheint, um hier weiterzukommen. Auwa, weg hier. Ich weiß noch nicht, wo wir dafür langen müssen. Ich glaube, wir waren eigentlich schon fast überall. Oh, hier waren wir definitiv noch nicht. Gut zu wissen. Aber der muss leider weg. Oh Gott, das wird ein riesiger Kampf. Mit einem Forky, den wir auch noch scannen müssen. Ähm, wie wäre es mit ein bisschen Ahornsirup fürs Aufbauen? Aufbrauen, haha. So. Und jetzt machen wir den Ultrasprung auf jeden einzelnen Gegner. Zumindest wenn ich den Jump immer schaffen sollte. Das würde uns enorm helfen, auch wenn Forky dabei stirbt. Das ist schon okay. Wow. Wow, wow, wow. Und BAM! Der lebt noch? Ne. Der lebt einfach weg. Easy. Wirkt wie ein schwerer Kampf? Nein. Man muss nur wissen, wie man sich helfen muss. Und jetzt muss ich wissen, wie ich... Hä? Wo stehe ich hier? Was zum... Äh, oh. Cool. Äh, wieso kann ich ja out of bounds laufen? Also ich meine, es ist geplant, aber warum geht das? Okay, Lichtsalbe. Und go. Easy. Jetzt bitte all auf einmal killen. Danke, Gino. Na, leider nicht. Aber... Oh, oh. Der eine Stunde ist schon mal abgehauen. BAM! BAM! So, und jetzt bitte Forky analysieren. Yes. Guten Job! Badam! Sprung! Hä? Huch! Ich hab da ja Essen liegen gelassen. BAM! Okay, das ist das Timing, aber... Das hat irgendwie weniger Dämpf gemacht als der Warte. Hm. Na gut. Äh, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja? Ist das hier ein Gefängnis oder was? Wusstet ihr, dass es hier ganz in der Nähe an der Heißkülle zum Baden gibt? Klar. Ach, schade. Wäre gerne die Erste gewesen, die euch davon erzählt. Eigentlich war ich ja früher mal ein Palastwache, aber dann hat Valentina mir gekündigt und mir alle Schlüsse wegabgenommen. Diesen Generalschlüsse hier, den hätte ich noch als einziges. Nicht, dass ich ihn brauchte. Möchtet ihr ihn haben? Klar. Ja, bitte schon. Sag mir bloß, ich weiß, was ihr damit vorhabt. Danke. Just 1 war das. Hier für euch. Lobenzett. Oh, danke, Mann. Ehrenmann. Wow, danke, Bruder. Wo ist denn das? Da. Ding, 76. Ich glaube, es gibt immerhin nur 100. Ein kleines Baden der heißen Quelle und unser kranke König wäre schuppdiwupp wieder getopfert. So, wie steht fest. Wir sind dann krank oder nicht? Hey, habt ihr schon gewusst? Weil sie da hat im Zentralsaal des Verlass ein riesiges Ei gebunkert. Ab und an spuckt das Eier. Andere Eier. Aber wenn man sich möglichst gut schützt, prallen die manchmal von einem ab. Wovon redest du da bitte? Naja, gut. Jetzt will ich es mir selber mal anschauen, wenn es das wirklich gibt. Also, hast du jetzt noch einen Schatz? Hä? Es wird mir auf einmal noch einen Schatz hier angezeigt. Vorhin aber nicht. Egal, wir haben jetzt erstmal andere Probleme. Und zwar diese Gegner hier. Die jetzt unbedingt weg müssen. Mich erst so ein bisschen bei Gino, dass sein Angriff so lange dauert. Dieser Angriff hier. Hätte mal ein bisschen verschleunigen können. Aber ist okay. Also wurde betäubt. Ha! Wenn das so ist, dann... Blitzgewitter! Bam! Oh Gott. Die leben noch. Beide. Gär auf ihn! Jetzt! Gut gemacht. So, Mario. Du machst ihm Platz. Bam! Mach mal daneben! Dann du! Bam! Wir schlagen ihn in die Luft und greifen ihn an. Perfekt! Alright. Okay, wo ist der Block? Wo? 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 Hier ist irgendwo einer. Wo? Wo ist er? Out of bounds wieder? Wo ist er? Hä? Hier war gerade was. Nee. Hm? Wo soll er sein? Direkt am Eingang. Okay. Hab ihn gefunden. Hab ihn... Ah! Gefunden. Ähm. Nein. Mir wärs damit. Mir wärs mit einfach. Nein. Und lass mich gehen. Danke. So. Hier können wir rein. Jetzt haben wir nämlich den Schlüssel dafür. Und... Oh, nicht du schon wieder Biso. Zum, die, zum. Hier haben wir ein großes Ei. Damit wirst du groß und stark. Zum, die, zum. Zum, 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 zum. Mario verbreitet hier. Ist er einer von der ganz schnellen Sorte. Zum, zum. Ähm. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum öffnet sich ja gar nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Zum. He, 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 he. Hä? Was, Ei lacht? Ich bin ja so einsam. Spielt ihr vielleicht mit mir? Okay. Und wir sind die Reflexion von Biso unten recht. Wie cool. Ui, danke. Kalkinchen? Was soll das denn bedeuten? Auf jeden Fall ist das hier ein Boss. Und, oh, er schlifft langsam aus. Oder sie. Auf jeden Fall schlifft sie langsam aus. Ich bin da gespannt, was da rauskommt. Hetzt mich nicht. Okay. Sehr gut. Aber komm da raus. Also doch, ich hätt's ja eigentlich gerade. Egal. Hetzt dich. Komm raus da. Der sagte. Raus. Börder? Hallöchen. Ich bin Börder. Ja. Ja, dich kennen wir. Vor allem auch aus Mario Bros. 2 und Mario Party. Bam. Aber was machst du hier? Wieso bist du in einem Ei gefangen gewesen? Oder bist du gerade geschlübt? Warum hast du ein Ei in deiner Hand? Kämpfe sind mit den Liebsten gleich nochmal so süß. Aber Yoshi ist gar nicht hier. Oder möchtest du... Möchtest du Yoshi mal treffen? Warum ist Feech eigentlich fast tot? Was ist da passiert? So, Wiederkehr erst mal. Blöhm. Gut, good job. Okay. Wie wär's mit nem... Ah, nee. Kein Trio-Technik. Jetzt noch nicht. Ich sollte mal... Einfach angreifen. Bam. Okay. Mellow. Okay. Bowser. Cosmo-Panzer-Kracher. Allen Gegnern. Schwer zusetzen. Los geht's. War's so wenig? Hehehe. Aua. Er tut mir weh. Hetzt ich. Ei, ei, ei. Was kommt denn da? Möhm. Boah. 99. Okay, die Erde bebt. Oh. Oh, das ist mal richtig krass. Time. Mist. Daneben. Egal. Ich mach den Supersprung. Vielleicht geht's aber eher besser. Mit dem Timing. Versuch's zumindest. Nach einer bestimmten Zeit bin ich komplett raus. Obwohl. Alter. 20. Neuer Rekord. Kommt 30. Nein. Zu früh. Nein. Bei 30 gewinne Belohnung. Und bei noch mehr sogar noch eine Belohnung. Eifrig. Der hat ja ziemlich eifrig. Eilig. Eifrig. Scannen wir ihn mal. Was kann er denn? Meine Eigenschaften? Einfältigkeit, aber auch Einsicht und eiserner Eifer. Das reicht. Boah. Es war eine Bombe drin. Oh Mann. Ähm. Angriff. Bam. Ah. Dammit. Okay. Was haben wir es nochmal mit dem Supersprung? Weil der hat richtig gut geklappt eigentlich. Ich muss nur hoffen, dass ich es irgendwann mal auch auf die 100 bekommen. Jetzt erst mal 30. Okay. 19. 20. 21. 22. 22. 24. 25. 25. 26. 27. 28. Ah! Das ist etwas, was ich auf Screen machen muss. Das ist mir zu schwer. Jetzt hier. Mit euch. Ah! Wo keiner hier ist? Spaß! Ähm. Okay. Ich nehme erst mal Ahornsirup. Und wechsle dann gleich Peach und Mellow raus. Die anderen beiden. Weil ich kann euch beide gerade nicht geboren tatsächlich. Bam! Boah, so viel Damage. Okay. Bowser! doch mal jetzt nein was wie geht das denn jetzt timing ich noch nicht so ganz na gut bam 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 drei auf einmal man muss erst am ende drücken gemein ich bin ihr gemeine für leben hat sie denn aber das dauert mir ein bisschen zu lange hier kumpel es reicht ich wusste nicht ob sie dreimal macht oder nicht was soll das denn heißen sie hat sich wieder an das eiferschlossen und will nicht mehr kämpfen okay oh danke vergesst mich nicht ja ich werde joshi von dir erzählen keine sorge und du wieso der ist da schockiert und hier ist ein geheimschatz ist hier immer wo haben aber erst mal hier keine heilung brauche nicht okay gut ja passt gut okay versuchen ich muss den killen der macht blödsinn der macht mir zu viel blödsinn der typ der rüpel bam der lebt immer noch unfassbar so und du auch oh oh kristall beim dritten immer genau beim dritten immer drücken ja bam wunderbar der ist aus dem weg geräumt und jetzt schnell vor uns piekst dann war sie ist noch ein schatz ich muss glaube ich noch mal gegen den kämpfen hier auch ganz so viel auf einmal wieder na gut die lichtseite seife sollte es das problem lösen ich glaube ich habe bisher noch einiges mal dieses heilen verkackten diesen fünf stern eigentlich ist es voll easy für mich auch dies war kein problem keiner ruhig tschüss und jetzt vorky bam bam nice wir sind stärker geworden und das zeigt sich auch gut 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 oh ich weiß schon wo ja war klar war klar hätte ich auch da versteckt das hätte ich auch getan hey könig nimbus gesenkt zu ruhen weh einer rennt hier rum und macht lärm ihre hoheit valentina eure königin mario das kann nur alles bedeuten meine mama und papa sind da drinnen hoch aber selbst in meiner lego hand ist abgeschlossen wir kriegen sie einfach nicht auf was nun witten ich hab das schon mal hinbekommen da sieht man es mal wieder ohne mich werdet ihr winzlinge aufgeschmissen platz da jetzt zeige ich euch was hirn und muskelschweiz so alles bewirken kann bahnfrei für bowser aah aah halt bitte warte doch mal wenn mein papa wirklich krank ist dann dürfen wir auf keinen fall radau machen wir müssen irgendwas anderes versuchen am besten wir finden valentina und bringen sie zu uns die wahrheit zu sagen aber aber bahnfrei für ich meine wachst bloß nicht mehr den großen bösen zu bauern zu widersprechen klar heute will ich das noch mal durch gelassen aber sie zu dass was die lobe passiert mario die ganze zeit auch abgeschlossen aber hier können wir rein zu valentina nachdem wir ihren bodyguard besiegt haben das habe ich mir schon gedacht dass genau sein kampf wird egal das haben wir easy easy peasy weg mit euch big squeeze die neben noch ich versuche mal den gift dampf denn der macht immer schön der mit wenn er treffen kann jetzt sehr schön der ultra sprung als nächstes das passt auch jetzt wahrscheinlich mit dem ultra jump die 100 das wäre es das ist zumindest sehr viel damage gemacht aber er muss jetzt schnell sterben angriff normaler kracher jetzt ja sobald er draußen ist nicht bevor er rauskommen sondern wenn er draußen ist so und jetzt den sternen schnuppen schoß einigen amt der mitsch gekehrt war das rein königin valentina oder hoheit dieser mario die krinspiranen erlegt hat er ist hier im palast mario werde was ist ein mario nun so ein williger schnurrbart hervorlogene kotletten und zwei mächtig sprungverdächtige beine kommt mir bekannt vor ob ich den mario nicht vielleicht irgendwo schon mal gesehen habe ich weiß die stator die die gar heute geliefert hat was machen wir nur was machen wir denn jetzt nur majestät na gewiss nicht hin und her brummen und mich anjammern kapich außerdem ich sehe die sache entspannt ohne den schlüssel sie nicht habe was der könig keinen schritt aus seinem gemacht also 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 hey was zum guck mal da guck doch hey da guck doch mal was hatte diese blöde starte jetzt moment das ist keine statu die sind nicht für vergoldet das ist mario der echte kumpel welch freches benehmen und wer zum donnerwetter bist du überhaupt ich ich bin der echte prinz jawohl frecher limmel du hast also gelauscht wie kannst du es wagen aber ich habe sie gar nicht blau sie schreit doch nur immer so laut ja stimmt einfach keine manieren ich gehe jetzt einfach und lass dich stehen man sieht sich im pöbel sie rennt also weg mal in china ist weggenommen dann brumme mich wie wir auch von händen ja ich auch äh aua musst du die pübel passen oje irgendwie ist uns gerade unsere große chance entgangen nicht wie nachher los mario aus dem gebrüll du hast sowas von recht mellow so aber erstmal saven gut job und jetzt hier haben wir nicht gekämpft wenn es nicht sein muss muss auch nicht sein nein irgendwann werde ich ja noch alles kennen müssen da hoch blau meister du darfst nicht blau machen so hat er werden noch nie in der mittleren reihe aber ist auch mal so interessant zu sehen feuer ich jetzt seit umwerfen danke mit von euch zack so war ich mal richtig aber so kann man sterben bitte stopp tot mit ihm gut so abwehr erhöht brauchst du eigentlich nicht aber nämlich trotzdem an stachelhund ich weiß ich mag den stachelhund der super gefällt mir unser neuer haustier wie soll man da hoch stern also den stern nehme ich gerne an vor allem bei der anzahl an gegnern die ja blöd gelaufen ärgerlich aber zumindest haben wir ihn ja den dodo können wir aufhalten ich muss noch mal mit dem diskuss immerhin ein bisschen damit gemacht aber leider nicht so wie es wollte das zählt als bosskampf mal wieder ok also dieser teil des spiels ist auch wieder ein bisschen länger freut mich ist immer so ein hin und her manchmal ist länger manchmal kürzer ich habe natürlich spaß wenn ich mehr gameplay habe in meinem spiel bei mir das spiel 60 euro kostet schweigeschwinge nein das lassen wir sein verstanden daneben aber das auch stopp jetzt es wird hier nur ein hin und her es reicht langsam herz gecheckt wie er fliegt da darf ich fliehen aber das level plus nämlich trotzdem an oder er hat gesagt browser kaffee warum nicht was zum wie geht das nur diesmal bin ich einfach durch die plattform gefallen prins merle bade gerade in den heißen gefällen ach wie herrlich entspannt das so sein muss die gezeißen quelle dürfte ok ich dachte hier wird es jetzt weitergehen scheinbar nicht es ist ja eigentlich ja noch nicht und da unten auch noch nicht richtig gewesen das ist aber wohl im bus land ich glaube nach dem bus land geht es dann weiter zum vulkan und dann dann sind wir eigentlich schon durch machen wir es einfach weiter na gut dann geht es weiter hier waren wir noch nicht aber das jetzt einfach ich mag den boden nicht mehr sehen aber wir haben noch ein paar sachen zu finden scheinbar hier gibt es doch bestimmt was oder wenn man hier hochklettert aha neues gebiet nein nein wir sind wieder hier warum sind wir wieder hier nein ich will nicht sein das ist nur ein rückweg das scheint wirklich nur ein rückweg zu sein na gut dann wieder ab nach oben weil ich diesen blöden sprung erschaffen würde und nicht gegen komm schon spiel komm schon die können doch sowieso nix die noobs die loschen die können gar nichts man siehste gar nichts aber für ich bin die mit wir solche lagen freunde zu lange überlegen also wenn es hier nicht weiter geht da ist das bad da kann man noch nicht lang hier sind wir wieder oben beim nimbus land Ach, da ist er. Verhörter Valentina, da seid ihr. Erhabene Valentina, geht es dem König wieder besser? Und deine Gemahlin, der Königin, was ist mit ihr? Und Prinz Merlo ist da wohl auf? Wisst ihr was, ich glaube, eure Hoheit. Ich glaube das. Aber nicht nur das. Und außerdem, meine Meinung dazu, ja. Und wenn wir mal bedenken, ja. Gah! Boah. Klappe halten! Sofort! Eure stupides Geplapper! Reine Zeitverschwendung! Und nun stehe ich hier, muss mal eure Einfälligkeiten anhören. Und da kommt Mario und hat mich eingeholt! Dodo! Dodo! Da, wo steht die Nebelkriege? Dodo, hast du wirklich auf die Ohren? Komm sofort her und hilf mir Mario zu unterhalten. Genau. Wo steckst du? Beweg dich! Okay, ich komm her. Bam! Angriff! Äh. Also auf der... Aber bald hat sie mir mehr gefallen. Dodo, Dodo, ich warne dich! Steh nicht drumherum, hilf mir! Muss das sein? Ey, Bowser! Boah! Warum muss jetzt Bowser alleine kämpfen? Huh? Na gut, wie er will. Zumindest habe ich nicht Piech in der Reihe gehabt, ne? Das wusste ich gar nicht, dass das hier passieren wird. Ah, Mist. Mutti-Schlag. Ähm. Sirup. Zählt auch für alle. Bam. Wie wär's mit nem Erdkracher-Kumpel? Einfach hier in den Wolken der Erdkracher. Warum nicht? Schweige. Äh. Okay. Bam, bam, bam! Nicht ganz. Schade. Das bringt dir nichts, Kumpel. Gar nichts! Ja, hat jetzt auch gemerkt. Und rennt in die dornigen... ...Bohnenwälder. Bowser kommt zurück in den Kampf. Gleich. Erstmal wie ein Schneesturm. Okay.